so hi und hallo mal wieder ja ihr habt richtig gelesen und ja ihr seht auch richtig das neue was ist was magazin nummer acht für sechs euro ja ich glaube die magazine die pendeln sich alle so eine auf sechs sieben euro aber dann haben wir ein gummitierchen eine schlange zwar nicht von schleich aber von blue ocean die gehen teilweise auch so ist vorsichtig abziehen wegen einem titel bild das war wohl nichts aber es geht schon so öffnen wir gleich natürlich und dazu gibt es ein booster tütchen also ich meine dranne der lego ninjago serie next level 9 das dazu aber jetzt blättern wir natürlich in das was ist was magazin rum und solche magazine sind teilweise richtig richtig cool da ist die gummi schlangen wissenswertes natur es ist alles immer schön beschrieben da könnt ihr was lesen wenn ihr schlangen liebhaber seid weiterhin um diesmal ganz schön schlangenlastig würde ich mal so behaupten was haben wir hier der zauberwürfel ich habe noch einen grinalen aus der 80er hat er wieder cool aus der würfel mit batman aber naja ist werbung dann kommt auch spinne wups merchandising dann haben wir hier ein poster zwei seiten motorsport sieht schon richtig cool aus und oh ja ist das hier natürlich interessanter und jetzt weiter mit wissenswertes mit usa richtig cool augen nase mond rachen aha also als wissenswertes ist immer immer cool oder was meint er wüsten rennen oder wüsten safari wieder wissenswertes neue spiele wissenswertes aha und das nächste magazin erscheint am 19 november das dauert natürlich was ist es auch wieder ihr seht richtig cool aus der naturtiere belasten richtig cool aber natürlich zählt auch hier ich werde irgendwas vielleicht gibt es ja was ist was im internet ich versuche mal guckt mal was ich unter das video verlinke vielleicht ist es was von was ist was sicher bequem und günstig auf jeden fall und wenn ihr den link benutzt danke 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 dafür unterstützt ihr meinen kanal so das ist was ist was magazin nummer acht für sechs euro booster tütchen und eine schlange und die gucken wir uns jetzt mal an ihr wisst ihr ich bin aber kritisch nicht die qualität und meine tatten für eine eine silber schlange ihr seht 20 stück soll es geben aber eine silberne schlange habt ihr schon mal eine silberne schlange ganz ehrlich schreibt es mir eine kommentare ist wirklich die hat so klein also verschiedene arten grün orange blaue punkte ganz kleine drauf von unten drunter ganz silber die form an sich und ihr seht lasst mal los es zieht sich wieder in der ausgangsposition zusammen es ist auch gummi nichts zu trotz sie ist dabei was haltet ihr von wie findet ihr es habt das magazin selber schon und jetzt seid ihr dran ich verlinke euch was daumen hoch freue ich mich immer drüber aber das aller wichtigste ist bleibt gesund ihr und eure familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu bis zum nächsten Mal